Hallo, ich bin der Frank und ihr seid hier in der Monster Top Show. Heute haben wir die Drogenbeauftragte Marianne Mottler bei uns zu Gast. Und wir werden heute mit ihr über die derzeitigen Betäubungsmittelgesetze in Deutschland reden. Okay, Frau Mottler, kommen Sie bitte. Frau Mottler, sie ist ein bisschen schüchter. Ähm, Frau Mottler, Sie können jetzt. Frau Mottler? Frau Mottler? Verdammt nochmal, Frau Mottler, jetzt kommen Sie endlich, sonst drehe ich Ihnen den Hals um. Frau Mottler, was halten Sie von der derzeitigen Legalisierungsdebatte? Können Sie sich etwas genauer dazu äußern? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Was reden Sie da? Frau Mottler? Frau Mottler? Frau Mottler, was machen Sie da? Frau Mottler? Frau Mottler, jetzt beruhigen Sie sich. Frau Mottler? Okay, ich glaube, das war's. Ja, okay. Das war die Monster-Dope-Show. Wenn's euch gefallen hat, dann könnt ihr einen Daumen oder sowas da lassen und... Ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Ciao. Macht's gut. Ciao. Ja, was denn? Soll ich das jetzt vergammeln lassen oder was? Untertitelung des ZDF, 2020